Wir öffnen die kleinste Kollektion, die wohl bisher erschienen ist. Aber auf die Größe kommt es ja bekanntlich nicht an, sondern vielmehr auf das Innere. Okay, zudem wird es wahrscheinlich noch das kürzeste Opening auf dem gesamten Kanal, denn in dieser Knockout-Kollektion, wir können ja einmal hier nochmal ganz kurz drauf schauen, sind zwei Booster-Packs enthalten, eine Promokarte und ein Stickerbogen. Deswegen, Leute, zwei Booster-Packs ist jetzt. Wir sind auf jeden Fall mehr gewohnt, aber wir können uns das jeden Fall nochmal genauer anschauen. Ein cooles Pokémon, ein fantastisches Set. Diese Knockout-Kollektion ist... Okay, ja, ein Decker, eine Schatz, truffe voller Pokémon, Sammelkanten, Spielspaß. Gut, also die Pokémon-Kompanie ist auf jeden Fall von Eisenhals sehr überzeugt. Ich bin gespannt, ob es uns heute genauso überzeugen kann. Aber vorweg nochmal ganz kurz die Frage, wo wir gerade bei Größe und etc. sind. Welches dieser folgenden Sachen oder Werte ist auf einer Pokémon-Karte nicht abgebildet? Es ist entweder A, die Größe, B, die Kategorie, C, die Eingruppe oder D, der Pokédex-Eintrag des jeweiligen Pokémon auf der Karte. Und Leute, könnt gerne überlegen, es ist jetzt nicht die allerschwerste Frage, weil man es ja... Ihr könnt es jetzt gleich in der Theorie ablesen. Vielleicht wisst ihr es ja jetzt vorweg auch schon. Aber ich dachte mir, das passt so ein bisschen heute zum Thema. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. Diese Knockout-Kollektionen sind ja an sich nichts übermäßig Neues. Die gab es ja in der Vergangenheit schon etliche Male. Und Gott, ich... Also ich zerstöre hier gerade komplett die gesamte Box. Aber gut, ich glaube, anders ging es jetzt auch gar nicht wirklich. So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal die Eisenhals-Promokarte. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, so dieser coole Holo-Effekt hier am Rand. Und auf dem Pokémon selber, dann haben wir diesen Sticker-Bogen. Ist ganz cool. Also das hier sind auch Sticker hier in der Mitte. Das hier unten, das Eisenhals und die Karte nochmal selber. Ich glaube, das war auf den Knockout-Kollektionen auch gang und gäbe. Okay, Leute, ihr müsst wissen, die Knockout-Kollektion ist jetzt letztens erst erschienen. Und wir haben hier einmal Karmel-Sinn und Purpur und strahlende Sterne drin. Also, ich habe jetzt irgendwie gedacht, weil ich hier sie geschrieben habe, ein cooles Set. Jetzt haben sie hier Paradox-Schrift reingetan. Ähm, aber, ne. Okay, also ich bin ein bisschen verwirrt. Deswegen, wir gehen hier jetzt einfach mal rein. Ich glaube immer in strahlende Sterne. Ähm, also damit haben sie sich so ein bisschen, weiß ich nicht, selber widersprochen, würde ich sagen. Und wie soll es auch anders sein? Wir starten hier auf jeden Fall mit einem weißen Code in das Opening von strahlende Sterne. Naja, okay, dann hätten sie wenigstens Mehrzahl-Sets hinten drauf schreiben können. Dann wäre man jetzt nicht ganz so verwirrt gewesen, weil... Also, das irritiert schon hart, würde ich sagen. Doppel-Turbo-Energie und Pixi. Weil, naja, wie gesagt, es ist halt ein Eisenhals. Äh, aus Paradox-Schrift bin ich der Meinung. Ja, muss ja sein, weil da erst Zukunft und Vergangenheit eingeführt wurde. Und sie schreiben hinten drauf, äh, ein cooles Set. Ja gut, das ist ein bisschen, äh... Kaufbaiting, würde man so sagen. Ne, okay, hier brauchen wir natürlich keinen... Also, da haben sie eins schon richtig gebaitet, ne? Da bin ich ja ehrlich, das ist ein bisschen... Das ist schon frech. Okay, wir haben den Strandplatz, dann haben wir Sanaconda, dann haben wir Rona, Tentagra, Eindedene... Und, okay, ich hab nichts gesagt. Wir haben Riesenzahn in Full-Arts hier drin. Okay, das ist, äh, strong. Damit hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich war schon... Ich war jetzt schon aufs Worst-Case vorbereitet, nachdem wir hier von den Packs schon so ein bisschen... Naja, ähm, okay. Cool, Riesenzahn-Ex. Leute, ich bin definitiv zufrieden mit diesen Packets gewesen, mit der Box. Ja, könnt ihr euch euer eigenes Bild, ähm, drüber machen. Aber, Leute, ob ihr auch zufrieden mit eurer Antwort wart, kann ich euch gerne sagen. Und zwar war es C. Die, äh, I-Gruppe ist natürlich auf einer Pokémon-Karte nicht abgebildet, weil die ist jetzt auch fürs TCG nicht wirklich relevant. Das ist eher fürs, ähm, ja, für die Hauptspiele, wenn ihr was breeden wollt oder weiteres. Ich, äh, bedanke mich definitiv fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses kurze, knackige Video hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Macht's gut. Ciao.